Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph. In diesem Video geht es um einen Vergleich von aktuellen Breitbandkabeln-Routern. Und zwar schauen wir uns folgende Modelle an. Einmal die Vodafone Station Wi-Fi 6. Das ist das neueste Routermodell, das der Provider direkt ausliefert. Das heißt, dieses bekommt man bei aktuellen Anschlüssen eben kostenfrei dazu. Dann schauen wir uns das neue Topmodell von AVM im direkten Vergleich an. Das ist die AVM FRITZ!Box 6690 Cable. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Vergleich mit der günstigeren AVM FRITZ!Box 6660 in der Version 3. Ich würde sagen, zu Beginn des Videos schauen wir uns erstmal die Spezifikationen an. Die werden jetzt eingeblendet. Hier sind dann die wichtigsten Spezifikationen aufgelistet. Ich würde sagen, die gehen wir mal ganz schnell durch. Der erste entscheidende Punkt ist meiner Meinung nach das Thema 2,5-Gigabit-Ladenport. Nur die FRITZ!Box 6660 und die 6690 haben so einen Port. Die Vodafone Station kommt ausschließlich mit 1-Gigabit-Laden-Ports aus. Bei der Bandbreite im WLAN fällt natürlich auf, die FRITZ!Box 6660 hat einfach eine geringere Ausstattung. Die Vodafone Station und die 6690 hingegen sind hier zumindest auf Spezifikationsseite schon mal auf jeden Fall auf dem gleichen Stand. Mehr Details kommen dazu gleich noch. Bei den weiteren Spezifikationen gibt es dann hier und da kleinere Unterschiede. Zwei Punkte sind meiner Meinung nach hier nochmal wichtig. Einmal das Thema DECT. Nur die beiden FRITZ!Boxen haben die DECT-Basisstation. Die Vodafone Station verfügt nicht über eine integrierte DECT-Basisstation. Das heißt, wenn man DECT-Geräte anbinden möchte, dann benötigt man hier zwingend eine dedizierte DECT-Station, die dann zum Beispiel per Analog-Port angebunden wird. Der zweite Aspekt ist das Thema USB-Port. Die Vodafone Station hat zwar einen USB-Port, allerdings steht der hier nicht für irgendwelche Funktionen bereit. Das heißt, man kann dort wirklich nur theoretisch ein Endgerät dran laden. Mehr kann man mit dem USB 3.0-Port aktuell tatsächlich nicht anfangen. Als nächstes werfen wir dann noch einen Blick auf die WLAN-Spezifikationen. An dieser Stelle möchte ich direkt darauf hinweisen, die FRITZ!Box 6690 habe ich ja vor kurzem getestet. Dabei ist mir im Testvideo ein Fehler unterlaufen. Das heißt, im Testvideo der 6690 wurden falsche WLAN-Chipsätze angegeben. Hier in diesem Video sind die richtigen angegeben. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns die Spezifikationen mal an. Hierbei fällt natürlich sofort auf. Die 6660 hat eben nur zwei Special Streams, also auch nur zwei Antennen in beiden Frequenzbändern. Die Vodafone Station und die FRITZ!Box 6690 sind da besser ausgerüstet. Sie haben beide die gleichen Spezifikationen. Das heißt, wenn wir bis zum Thema Bandbreite 2,4 GHz Frequenzband runtergehen, sind alle Punkte bei 6690 und der Vodafone Station mit Wi-Fi 6 identisch. Bei dem Thema Chipsets gibt es dann allerdings Unterschiede. Und zwar hat die Vodafone Station jeweils ein Broadcom BCM 43684 im Einsatz, sowohl für das 2,4 als auch für das 5 GHz Frequenzband. Die FRITZ!Box 6690 hingegen verwendet zwei Qualcomm QCN 6024 WLAN-Chipsätze. Auch wichtig ist das Thema Zero-Wade-DFS. Die Vodafone Station und auch die FRITZ!Box 6690 verfügen über Hardware, die Zero-Wade-DFS unterstützt. Die 6660 kann Zero-Wade-DFS nicht. Ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Damit sind wir die Spezifikationen soweit durch. Als nächstes schauen wir uns die Vodafone Station mal von innen an, aber zu Beginn noch ganz schnell aktualisierte Bilder aus der 6690. Beginnen wir mit den Bildern der 6690. Dann habe ich hier vom Prinzip her nur zwei aktualisierte Bilder, und zwar die von den WLAN-Chipsätzen. Hier sieht man die beiden Qualcomm QCN 6024-Chipsätze dann nochmal dargestellt. Das war im Testvideo der 6690 leider fehlerhaft, jetzt hier nochmal korrigiert. Wir wollen aber gar nicht so viel über die 6690 sprechen, sondern eigentlich über die Vodafone Station. Deswegen fahren wir jetzt fort, erstmal mit einem Bild der Kühlung. Und zwar sieht man hier relativ gut, wie die Vodafone Station innen aufgebaut ist. Das heißt, ich habe die natürlich zerlegt und dann hier eben diese Platinenbilder angefertigt. Wie gesagt, zu Beginn erstmal die Kühlung. Man kann sagen, die ist schon relativ gewaltig auf der Vorderseite, allerdings trotz allem recht leicht, denn es handelt sich hier aber um eine Aluminiumkühlung, und die ist auch relativ dünn. Die sieht jetzt hier so relativ gewaltig aus. Wenn wir den Kühlkörper entfernen, dann sieht die Platine vom Prinzip her wie folgt von vorne aus. Ich denke, man kann gut erkennen. Einmal natürlich den Broadcom SOC und weiter oben auch den ersten der beiden WLAN-Chipsätze. Dreht man die Platine dann um, dann findet man hier noch einen weiteren WLAN-Chipsatz. Und vom Prinzip her war es das auch schon. Also viel zu entdecken gibt es auf der Platine tatsächlich nicht. Als nächstes schauen wir uns dann die WLAN-Antennen der Vodafone Station Wifi 6 an. Was man hier jetzt schon relativ gut sehen kann, ist die Antennen. Also die WLAN-Antennen sind direkt im Gehäuse eingelassen. Es sind jetzt keine extra gesteckten Antennen, die dann per Kabel angeschlossen werden, sondern die sind wirklich direkt ins Gehäuse integriert und werden dann direkt mit der Platine verbunden. Das heißt, es gibt so eine Art Schiene auf der Platine dann jeweils pro Antenne, und da wird das Ganze dann einfach eingeklipst. Das macht jetzt auch nicht so den Eindruck, dass man die Platine jetzt hunderte Male raus- und reinstecken kann, und dann funktioniert noch alles. Also das ist schon wirklich so gebaut, dass man das tendenziell nicht zerlegen sollte. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht, aber vom Prinzip her, wie gesagt, sieht man das hier relativ gut, wie der Aufbau ist, und der ist sehr ähnlich wie der einer Fritzbox 6690. Natürlich ist das dort ganz anders gelöst, also technisch, aber die Position und die Art der Antennen sind dann doch auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. Werfen wir dann nochmal einen detaillierten Blick auf die Hardware der Vodafone Station, dann bleiben hier vom Prinzip her drei Chips übrig. Das ist einmal natürlich der Chips, das für das 2,4 und für das 5 GHz Frequenzband, jeweils mit einem Broadcom BCM 43684, und dann haben wir noch als primären Prozessor und SOC dann den Broadcom BCM 3390. Vom Prinzip her ist das alles, was hier zu finden ist. Neben der Hardware-Ausstattung und den Spezifikationen interessiert mich hier natürlich vor allem die Performance in der Praxis, und aus diesem Grund wechseln wir jetzt in den Bereich Benchmarks. Und hier starten wir wie üblich im 5 GHz Frequenzband mit den Heatmaps. Was man jetzt hier im direkten Vergleich, glaube ich, schon ganz gut sehen kann, ist, die 6660 ist definitiv auf dem letzten Platz, die 6690 im Mittelfeld, und die Vodafone Station mit Wi-Fi 6 belegt hier definitiv den ersten Platz, das heißt, die Heatmap sieht dort einfach schon mal viel besser aus. Eine gute Heatmap alleine bedeutet natürlich nicht automatisch, dass auch die WLAN-Performance dann im Alltag wirklich gut ist. Aus diesem Grund wechseln wir jetzt auf die Benchmark-Ergebnisse rund um das Thema Durchsatz, angefangen mit einem Client, der 160 MHz Kanalbandbreite unterstützt. Und hieraus kann man eine Menge ableiten. Zuerst einmal zwischen Messpunkt 1 und Messpunkt 4 ist ganz klar zu erkennen, dass die 1 Gigabit LAN-Ports der Vodafone Station Wi-Fi 6 hier limitieren, das heißt, man bekommt halt einfach keine höheren Bandbreiten realisiert, auch wenn das Hardware-Potenzial das mit Sicherheit zulassen würde. Die 6660 liefert deswegen an Messpunkt 1, 2 und 4 tatsächlich auch eine höhere Durchsatzleistung, logischerweise. Die 6690 ist natürlich teils deutlich überlegen, aufgrund der vergleichbaren WLAN-Ausstattung jedoch kombiniert mit einer 2,5 Gigabit LAN-Schnittstelle. Gehen wir dann auf die Messpunkte 5, 6, 7, 8, dann sieht das wieder ganz anders aus. Hier muss man ganz klar sagen, dass 6690 und auch die Vodafone Station Wi-Fi 6 sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In den meisten Punkten ist die Vodafone Station ein bisschen schneller, aber in der Praxis sollte das dann nicht so relevant sein. Die 6660 hingegen ist hier bei 160 MHz Kanalbandbreite teilweise deutlich abgeschlagen. Insbesondere wenn man sich hier nochmal Messpunkt 5 und 6 anschaut, ist das schon ein erheblicher Abstand. Als nächstes schauen wir uns die Benchmarks dann mit einem WLAN-Client an der maximal 80 MHz Kanalbandbreite unterstützt. Hierbei hat man natürlich jetzt den Unterschied, dass die 1 Gigabit LAN-Ports nicht mehr der limitierende Faktor sind und damit hat die Vodafone Station Wi-Fi 6 hier nicht mehr den Nachteil wie eben. Man sieht das ganz gut, Messpunkt 1 bis 4 ist sie auf jeden Fall mal mindestens ebenbürtig, teilweise auch überlegen. Sieht man gut an Messpunkt 3, da knickt sie überhaupt nicht ein, wohingegen 6690 und 6660 da teils Performance-Verluste haben. Auf Messpunkt 5, 6, 7 ist auf jeden Fall auch wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 6690 und Vodafone Station Wi-Fi 6 zu beobachten, dass die Vodafone Station allerdings in der Regel für sich entscheiden kann und auch am Messpunkt 8 ist sie etwas flotter unterwegs als die 6690. Ich denke, das ist schon mal ein ganz interessanter Einblick. Als nächstes schauen wir uns dann noch WLAN-Benchmarks auf Kanal 100 an mit einem Client, der 160 MHz Kanalbandbreite unterstützt. Hier sieht man jetzt wieder eine geänderte Situation, möchte ich kurz erklären. Die beiden Fritzboxen unterstützen hier die Kanalbandbreite von 160 MHz, wohingegen der Broadcom-Chipsatz aus der Vodafone Station ab Kanal 100 nur noch mit 80 MHz Kanalbandbreite arbeitet und dementsprechend hier natürlich im Nachteil ist, was man dann besonders gut im Vergleich zur 6690 sehen kann, die sich dann insbesondere zum Beispiel an Messpunkt 1 und 2 teils deutlich absetzen kann. Das ist, denke ich, mal relativ klar. Bei 80 MHz Kanalbandbreite ist das natürlich dann nicht so, aber wie gesagt, hier nochmal dieses Sonderszenario genauer dargestellt. Als nächstes schauen wir uns die Heatmaps im 2,4 GHz Rückwärtsband an. Hier kann man relativ gut sehen, die Vodafone Station WiFi 6 ist hier auf Platz 1, gefolgt von der 6660 und auf dem letzten Platz finden wir hier die 6690. Wie immer gilt natürlich, eine Heatmap gibt zwar einen gewissen Einblick, aber es gibt noch weitere Faktoren, die eine Rolle spielen und das sieht man jetzt auch wieder in den Benchmarkergebnissen. Die 6660 kann sich hier gerade an Messpunkt 2 und 3 auf Platz 1 absetzen, wohingegen Vodafone Station WiFi 6 und Fritzbox 6690 sich hier wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern und relativ ähnlich performen. Zusätzlich schauen wir uns jetzt noch die Low-Performance-Client-Benchmarks an. Das bedeutet, hier wird ein Client verwendet, der nun eine relativ schlechte WLAN-Ausstattung hat. In diesem Fall ist es ein Client, der maximal einen Spatial Stream nutzen kann und auch maximal 802.11ac mit 80 MHz Kanalbandbreite unterstützt. Das heißt, hiermit lassen sich natürlich keine wahnsinnig hohen Datenraten erzielen. Wenn wir uns das hier im direkten Vergleich ansehen, dann fällt auf, zwischen Messpunkt 1 und 4 ist die Vodafone Station tatsächlich dann auf dem letzten Platz im Schnitt, ist aber stellenweise auf jeden Fall nicht von Einbrüchen betroffen. Das heißt, die 6660 bricht beispielsweise in Messpunkt 2 und 3 ein und das ist bei der Vodafone Station so nicht zu beobachten. Schauen wir uns dann die Messpunkte 5, 6, 7, 8 an, dann fällt auf, dass die Vodafone Station zwar geringfügig in der Performance absackt, aber dann doch ziemlich stabil bleibt bei, ich sage jetzt mal, 170 bis 180 Mbps, so Pima Daumen. Und die 6690 ist an Messpunkt 5, 6 und 7 da, ich sage mal, vergleichbar unterwegs. An Messpunkt 8 knickt sie aber stärker ein. Die 6660 hingegen hat auf jeden Fall hier in bestimmten Situationen Performance-Probleme. Das sieht man gut an Messpunkt 6 und Messpunkt 8, wo sie deutlich stärker in der Durchsatzleistung einbricht im Vergleich zu den beiden anderen Systemen. Neben der reinen Hardware Performance schauen wir uns jetzt natürlich auch nochmal die Leistungsaufnahme an. Hier kann man im direkten Vergleich natürlich sehen, dass die Fritzbox 6660 offensichtlich am energieeffizientesten ist. Das heißt, sie benötigt am wenigsten Energie, bietet aber im Umkehrschluss auch am wenigsten Leistung. Die beiden anderen Systeme, also 6690 und Vodafone Station Wi-Fi 6, liefern sich da eher so, ich sage mal, ein Duell auf Augenhöhe. Ich sage mal, im Leerlaufbetrieb ist die 6690 ein bisschen energiehungriger, aber unter Last spielt es dann doch keine Rolle. Und man muss dazu sagen, die 6690 liefert in diesem Lasttest eine höhere Performance. Das heißt, letztendlich dürfte das relativ ausgeglichen dann im Alltag sein. Nun sind wir die Benchmarks im Vergleich dieser drei Modelle soweit durchgegangen. Ich denke, das war schon relativ eindrucksvoll. Die Vodafone Station mit Wi-Fi 6 performt wirklich gut. Das kann man an der Stelle ganz klar sagen. Sie kann im Nahbereich natürlich nicht die hohen Durchsatzraten einer 6690 realisieren, aufgrund fehlender LAN-Ports, die eben so hohe Geschwindigkeiten zulassen. Aber trotz allem wirklich eine gute Vorstellung. Ich würde trotz allem noch sagen, wir schauen uns jetzt noch mal ein paar Tabellen an, gerade wenn es ums Thema WLAN geht, welche Bandbreiten kann man denn mit den unterschiedlichen Systemen erwarten. Wir starten erst mal mit der Tabelle im Nahbereich. Und hier habe ich das Ganze auf die aktuell relevanten Bandbreiten, abhängig von den verschiedenen Tarifen, eben reduziert. Das heißt, 1100 Mbps ist das Maximum, was man aktuell an einem 1000 Mbps Breitbandkabelanschluss empfangen kann. Und das kann man mit einer 6690 ganz problemlos realisieren. Bei der 6660 wird das zwar zum Teil auch gehen, aber sobald dann ein bisschen Distanz mit dazu kommt, dann wird das schwierig für die 6660 diese hohe Bandbreite bereitzustellen. Gehen wir dann auf die WLAN-Empfehlung über Distanz, also mit erhöhter Distanz, dann ändert sich das relativ drastisch. Dann ist die Vodafone Station mit Wi-Fi 6 der 6690 ebenbürtig. Die 6660 hingegen ist da zum Teil dann deutlich abgeschlagen. Dazu jetzt noch die LAN-Empfehlung. Das heißt, gerade im Hinblick auf zukünftig mögliche höhere Tarife, also mit bis zu 2000 Mbps, ist natürlich relativ klar, dass sich das mit den beiden Fritzboxen eben realisieren lässt, da sie eben den 2,5 Gigabit LAN-Port haben. Mit der Vodafone Station Wi-Fi 6 wird man überladen, immer limitiert sein auf rund 940 Mbps Netto-Durchsatz. Neben der reinen Performance zählt natürlich auch irgendwo der Funktionsumfang. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist die große Stärke der Fritzboxen. Gehen wir mal ganz kurz durch. Was kann denn überhaupt die Vodafone Station? Was kann man denn da machen? Ich würde sagen, wir starten erstmal in der WLAN-Konfiguration. Vom Prinzip her, ich kann die SSID ändern, immerhin. Ich kann das WLAN-Passwort anpassen. Ich kann ein zusätzliches Gäste-WLAN erstellen. Weiterhin habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche SSIDs auf beiden Frequenzbändern zu aktivieren oder zu deaktivieren. Also entweder nutze ich eine SSID und dann steht auch Band Steering zur Verfügung. Kann ich optional aber auch ausschalten. Und wenn ich eben die beiden SSIDs trenne, also unterschiedliche SSIDs nutze auf beiden Frequenzbändern, dann steht Band Steering natürlich nicht zur Verfügung. Weiterhin ist es mir hier möglich, die Kanalbandbreite anzupassen, was ich sehr, sehr gut finde. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit auch festzulegen, dass beispielsweise im 5 GHz-Rückgangsband nur 20 MHz Kanalbandbreite zum Beispiel genutzt werden. Das ist bei der Fritzbox 6690 und 6660 nicht möglich. Da kann man seit einigen FritzOS-Versionen die Kanalbandbreite nicht mehr anpassen. Außer mit Tricks, indem man den Config-File modifiziert. Aber das geht an dieser Stelle, denke ich, zu weit. Das finde ich also sehr, sehr gut. Ein wichtiger Hinweis hier allerdings noch beim Thema WLAN-Konfiguration. Zwei Punkte, die man wissen sollte. Die Vodafone Station läuft im Auslieferungszustand bei 80 MHz Kanalbandbreite. Das heißt, 160 MHz Kanalbandbreite muss optional aktiviert werden. Meiner Meinung nach eine sinnvolle Entscheidung, denn 160 MHz Kanalbandbreite hat halt auch Nachteile. Trotz allem, wie gesagt, kann man optional aktivieren. Und damit kommen wir noch zum zweiten Punkt, und zwar einem kleinen Fehler hier im Webinterface. Und zwar unterstützt der Broadcom-Chipsatz 160 MHz Kanalbandbreite nicht im Kanalbereich 100 und höher. Das Problem ist, hier in der Vodafone Station kann ich 160 MHz Kanalbandbreite aktivieren und dann zum Beispiel Kanal 100 einstellen. Die Konsequenz ist, dass das 5 GHz WLAN dann nicht zur Verfügung steht. Das heißt, das wird dann nicht mehr angezeigt. Man kann sich da auch nicht mehr anmelden. Das ist dann nicht mehr existent. Sobald man wieder auf 80 MHz Kanalbandbreite runtergeht, auf Kanal 100 beispielsweise, steht das WLAN sofort wieder zur Verfügung. Also ganz wichtiger Punkt, da gibt es offensichtlich noch einen kleinen Bug. Andere Hersteller mit diesem WLAN-Chipsatz haben das ein bisschen schlauer gelöst. Dort ist es so, wenn man 160 MHz Kanalbandbreite aktiviert, dann kann man nur noch Kanal 36 bis 64 auswählen. Und wenn man auf 80 MHz runtergeht, dann stehen auch die Kanäle 100 und höher zur Verfügung. Also da könnte Vodafone an dieser Stelle nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ja, im Großen und Ganzen ist das das Thema WLAN. In der Netzwerkkonfiguration habe ich vom Prinzip her die Möglichkeit, die lokale IP-Adresse anzupassen. Dabei kann ich allerdings nur das dritte und vierte Oktett modifizieren. Also beispielsweise anstelle von 192.168.2.1 könnte ich jetzt 192.168.100.1 einstellen, jetzt beispielsweise mal. Das heißt, die ersten zwei Oktette kann ich nicht anpassen. Den integrierten DHCP-Server kann ich wahlweise ausschalten oder anschalten. Im Auslieferungszustand ist er natürlich aktiviert. Dort habe ich die Möglichkeit, die IP-Pool-Größe anzupassen. Also auch da kann ich kleinere Modifikationen vornehmen. Bei der Telefonie habe ich die Möglichkeit, die Rufnummern auf die beiden Analog-Ports zuzuordnen. Mehr Möglichkeiten gibt es da auch nicht. Und beim Thema Internetzugang habe ich die Möglichkeit, eine IPv6-Freischaltung vorzunehmen. Und ja, im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles, was ich mit der Vodafone Station machen kann. Mehr Funktionen bietet diese nicht. Ich würde persönlich sagen, das finde ich auch gar nicht so schlecht, denn viele Anwender, gerade wenn die technisch nicht so versiert sind, wollen auch gar nicht so viele Funktionen, weil viele Funktionen sorgen halt auch dafür, dass man viel falsch machen kann. Von daher finde ich den Weg so ganz in Ordnung. Trotz allem muss man natürlich sagen, wer höhere Ansprüche hat, wird hier definitiv nicht glücklich mit. Die Fritzboxen bieten natürlich um Welten mehr Funktionen an. Wenn ich die jetzt aufzählen würde, dann würde das Video Stunden dauern. Deswegen lassen wir das. In dem Fall würde ich einfach auf das Handbuch der Fritzbox 6690 und 6660 V3 verweisen, wo man eben alle Funktionen findet. Vom Prinzip her also relativ klar, Performance mit der Vodafone Station Wifi 6 wirklich gut. Der Funktionsumfang, gerade wenn es um Konfiguration und Co. geht, ist natürlich bei den Fritzboxen um Welten besser. Und damit sind wir natürlich jetzt bei einer ganz abschließenden Frage. Was sollte man sich denn kaufen? Soll man einfach mit der Vodafone Station gehen oder sich eine Fritzbox holen? Vom Prinzip her würde ich das wie folgt runterbrechen. Wenn man weiß, ich brauche nur einen WLAN-Router und der wird bei mir eine gute Ausleuchtung hinbekommen, eine gute Performance realisieren, dann ist die Vodafone Station Wifi 6 tatsächlich eine gute Wahl. Denn ich bekomme sie natürlich umsonst. Wenn ich das WLAN erweitern muss, beispielsweise mit zusätzlichen Repeatern, dann haben wir hier natürlich den Nachteil, dass kein Mesh zur Verfügung steht. Jetzt fragst du dich vielleicht, was bedeutet denn jetzt schon wieder Mesh? Vom Prinzip her ist das hier in diesem Fall folgende Funktionalität. Wenn ich an der Vodafone Station einen Repeater anbinde, das geht, gar keine Frage, dann bindet dieser sich da einfach an und stellt nochmal ein zusätzliches WLAN bereit. Das ist in der Hardware bei einem Mesh-System natürlich genauso. Keine Frage. Aber es gibt ein paar kleinere Unterschiede. Erstens das Thema Roaming, das heißt, der Wechsel von Clients zwischen den einzelnen Access Points oder den einzelnen Repeatern ist natürlich in dem Mesh-System deutlich besser, weil einfach früher oder frühzeitiger gewechselt wird und dabei natürlich dann auch das Thema Fast Roaming zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt keinen spürbaren Abbruch wie eben bei einem Wechsel zwischen einer Vodafone Station und irgendeinem Repeater. Der nächste Punkt ist die Konfiguration. Das heißt, wenn ich jetzt ein Mesh-System habe und ich ändere hier zum Beispiel das WLAN-Passwort, weil ich sage, hey, ich möchte mein WLAN-Passwort jetzt mal ändern, dann wird das automatisch auch an alle Mesh-Nodes verteilt. Das heißt, die einzelnen Mesh-Repeater bekommen dieses Passwort automatisch mitgeteilt und dann steht dieses Passwort sofort überall zur Verfügung. Habe ich jetzt hingegen kein Mesh und ich ändere jetzt hier an der Vodafone Station mein WLAN-Passwort, dann fliegen meine Repeater raus und ich muss die neu anmelden. Also auch da ist so ein Mesh-System natürlich im Vorteil. Zum Thema Mesh kann man eigentlich zusammenfassen, es ist nicht zwingend erforderlich, auch ohne Mesh funktioniert natürlich der Einsatz zusätzlicher Repeater, aber ein Mesh-System hat natürlich in der Alltagsnutzung einfach viele bequeme Vorteile und gerade das Thema Roaming ist da einfach natürlich ein ganz großes Argument, denn viele WLAN-Clients werden natürlich bewegt, also sprich, sein Smartphone beispielsweise nimmt man immer mit und da ist natürlich dann ein Mesh-System aufgrund des besseren Roamings im Vorteil. Im Großen und Ganzen, wenn ich alles nochmal zusammenfasse, würde ich ganz klar sagen, wenn man nur den WLAN-Router im Einsatz hat, dann ist die Vodafone Station Wi-Fi 6 wirklich top. Gerade wenn man dann sagt, ich brauche auch keine großen Funktionen, ich will eigentlich nur Internetzugang plus WLAN, dann kann man das echt mal probieren mit der Vodafone Station Wi-Fi 6. Die ist im Vergleich zu den Vorgängern ganz offensichtlich deutlich performanter, was natürlich logisch ist. Ich sage mal so, Vodafone hat wahrscheinlich auch erkannt, dass der durchschnittliche Kunde seinen WLAN mit dem Internetzugang gleichsetzt. Das heißt, ist das WLAN schlecht, dann ist automatisch der Provider und der Internetzugang schuld. Das heißt, das ist halt heutzutage einfach so, ich sage mal, verschmolzen und deswegen ist es wichtig, dass man als Provider auch gutes WLAN bereitstellt, also sprich, eine leistungsfähige Hardware eben dem Kunden anbietet. Die Fritzboxen haben natürlich viel mehr Zusatzfunktionen und viel mehr Möglichkeiten. Da würde ich halt wie gesagt sagen, wenn man einfach mehr braucht, als hier vorhanden ist, dann ist eine Fritzbox definitiv eine gute Wahl. Die 6690 ist performance-technisch auch in einigen Szenarien besser aufgestellt, aber nicht in jedem. Das muss man auch ganz klar sagen. Fazit lautet also ganz klar, wenn man sich nicht sicher ist, würde ich die Vodafone Station Wi-Fi 6 mal ausprobieren. Ein Umbau nachher auf eine Fritzbox, zum Beispiel hier die 6690, ist ja jederzeit möglich. Von daher kann man der Vodafone Station natürlich einfach mal einen Versuch geben. Also warum nicht? An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen und ich wünsche dir an der Stelle noch eine schöne Woche. Gerne bis bald. Ciao, Scheiß! Bis bald war! fur Lord encryption hyvä! Jetzt schon wieder Her皆ik! Bis bald! Bis bald appointment. Vielen Dank.